Habt ihr Weihnachtsplätzchen gebacken und wisst nicht wohin? Bleibt dran! Heute brauchen wir die Verpackung einer Backpapier- oder Frischhaltefolie drinnen ist. Nun holen wir den Inhalt raus, dekorieren den Karton nach belieben. Nur noch alle Enden und Kanten schließen und jetzt können wir unsere runden Plätzchen oder Sterne reinlegen und fertig. Deckel zu, Schleife rum und wir können die Kekse verschenken. Auch die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.